Hallo Leute, was geht? Ich bin hier bei Minecraft und zock eine Runde der Endergame Weil das einer der Runde ist, die mir noch am besten gefällt Und jetzt muss ich mal schauen wie weit ich komme Ich hoffe ich werde noch ein bisschen besser Hä? 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 Wohin da? Steinschweid habe ich schon ok, gut Und? Wurst? Ähm, ja? Ich brauche eine Kiste, äh, Kiste Nichts drin, was gibt es doch nicht Kommt die ganze Leute her Hallo Kiya Kommt die ganze Leidung Du sollst das weg Du sollst das weg Ich bin hier, die lawyers Jetzt kommt das weg Ich bin hierher Ich bin hierher Ich bin hierher Ihm Ich bin hierher Ach Mensch, ach, kann doch nicht wahr sein. So, stelle in die nächste Runde. Hm, alleine hier. Ach, da kommen sie alle. Perifrall, Perifrall, Perifrall. Warum ist da nicht mein Kopf dabei? Ich bin auch so ein guter Spieler. Ich muss eigentlich auch hier bei stehen. Ach ja. Ich weiß nicht. Oh. Hier war ich ja noch nie drin. Ein Bett soll das anscheinend sein. Na dann. Oh. Was ist das? So eine Schweinerei. Hm. Dann hab ich mal, dass sie jetzt mit rein kommen. Ein Spinn. die Sprengende Verbreitenschaften Sprengende das ist auch cool so mache ich meine nächsten Stühle sieht irgendwie cool aus Nice S Ja, ich bin tränke herstellen aber jetzt next runde ich bin dahin bald bald weg ich werde das sowieso gleich wieder nichts sinnvolles dabei da ist eine kiste schnell ach da war einer ich springe immer dadurch ist man schneller so weit ich weiß nicht oh da ist er end da möchte auch nicht hier in dem wald da was los ist das gibt es doch nicht irgendwo eine kiste gekriegt das ist das ist das ist das ist die 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 wollen wir umbringen und mär im innen mehr und noch eine runde und gespint jetzt nehm ich aber mal zimbabar jump in one ok ran 2 schonmal ok ok ich blende ich blende ich stehe genau neben ungespint und ich bin hier stefan unterstrich ich bin sonst ich kann nein nein gut und nicht dahin 9 k 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 l k k k k k k k k k Ich hab wieder so gut gespielt, dass ich jetzt mal wieder keine Lust hab zum Spielen. Egal. Wie weit sind denn die hier schon? Ich war mal wieder mit einer der ersten, der gestorben ist. So wie immer. Okay. Blablablablabla. Na egal, gut. Ich würde ja sagen, ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Aber viel hat man ja hier nicht gesehen in meiner Folge. Außer dass ich mal gestorben bin. Guck mal jetzt. Schauen wir mal kurz hier zu. Dann sehen wir mal ein bisschen Action. Oh. Gut. Er hat den kaputt gehauen. Achso bei der Mauer ja gerade. Hey. Was ist mit ungespinnt? Wer kriegt hier rum? Oh. Cool. Kann ich hier sterben? Ich hab' den kaputt gehauen. Hm. Was passiert dann, der jetzt Geist stört? Schaff' ich das? Schaff' ich das als geistlich wär'n? Gleich, 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 gleich hab' ich's. Gleich. Ich hab' ich's. Gleich. Und. 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 Ja. Ich bin als Geist gestorben. Gut. Dann schauen wir mal. Wer ist noch da? Okay. Mhm. Ja. Eséric. Es ist immerwühl dran. Das ist der Fall im Camper. Und die wollen anscheinend nicht gegeneinander kämpfen, ach doch. Und da war es einer weniger. Hey, ich will noch mal zuschauen. Wo kann ich da nicht runter? So. So. Gut. 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 Jetzt wäre es eingeschleudert, wir müssen uns Kämpfen hier. Dann kann ich seine Zuschauer wieder weggelegen. Das war's. Da. Ei. Oh, das macht ja so. aus die sich die war so er trägt der hemming Piu, piu, wie auch immer. Ich sehe mal, er ist verliert da. Boah. Okay, okay. Dein Helm ist kaputt. Das futtert er schnell. Was geht los mit euch? Mensch, kämpft doch mal eine Runde hier. Ah. Ah, was ist das? Ach. Oh, was ist das? Ich bin jetzt noch die ganzen Sachen verzaubern. Ach, ne, oder? Ah. Vielen Dank. Wo hat er seine Schuhe ausgezogen? Hier dann. Hier dann. Let´s get traveling to one wheel... Was macht ich für ein Scheiß? Oh, wie wird das Spiel hier richtig langweilig... Wir gehen hier nur hin und her... Wir gehen hier hin und her... Ja, dann. Macht er sich komplett wieder? Ja, dann. 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 Ja. 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 Ja.